Guten Abend miteinander. Für das heutige, besonders festliche Code-Mittwoch-Studio haben wir ein paar von den jüngsten Schweizer Künstler eingeladen. So haben die Malbögen ausgesehen, die man in den Code-Läden bekommen hat. Und hier haben wir ein paar von den originellsten Beispielen von diesen fast 100'000 Einsendungen. Drei Lehrer, zwei Kindergärtnerinnen und ein Grafiker waren die Jury und hatten alle Mühe, eine Wahl zu treffen, denn die Fantasien der Kinder waren ja keine Grenzen gesetzt, wie das in der Wettbewerbsanleitung ja gestanden ist. Sie haben gemalt, geschnitten, gezeichnet, geklebt mit Filz, Holz, Watte, ja sogar mit Zucker. Aber auch richtige Weihnachtskalender gemacht. Wir sind aus dem Staunen also wirklich fast nicht mehr rausgekommen, wo wir diese Tausenden von originellen Arbeiten gesehen haben. Und die Jury hat auch gerade drei Tage gebraucht, bis sie ihre Wahl treffen konnte. Und hier sind sie, die drei Hauptgewinner. Und zwar in der Kategorie 4-7-Jährige hat der erste Preis gemacht, Federica Marrone aus Bellinzona. Kategorie 8-11-Jährige hat gewonnen Christian Stambach aus Rorschach. Und da haben wir jetzt den Christian Stambach. Kommt zu mir an, Christian. Du bist einer von den glücklichen Gewinnern, die nach Amerika gehen, ins Disney World. Das hättest du nicht gedacht. Ja, ja. Und schau dir, Micky Maus, gibt dir jetzt hier ein Flugbilett. Danke vielmals. Und da ist alles drin, was du brauchst für den wöchigen Aufenthalt in Amerika mit einer Begleitperson in Disney World, im grössten Vergnügungspark der ganzen Welt. Freust du dich? Danke vielmals. Das ist doch der Brausch, oder? Christian, ich habe dein Kunstwerk vorher bestaunet und das ist ja ganz toll. Dann hast du gearbeitet mit Holz. Hast du das geglaubt? Ja, zuerst habe ich das geglaubt. Hast du selber geglaubt? Mhm. Hast du den tüchtig hier? Und mit Papier und Watte hat es. Und eine ganz glatte Idee sind die kleinen Guczli, die du noch gebraucht hast. Ja. Hast du lange gehabt, oder? Ja, etwa drei, vier Tage. Drei, vier Tage? Du warst aber voll dran. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt kommt die Evelyn Bessmer aus Weinfelden. Kommst du gerade da an, Evelyn? Und der Stefan Zimmermann aus Luzern. Ich gratuliere herzlich. Das ist der zweite Preis. So, da kommen dir euer Preis noch über. Da ist der dritte Preis. So, und ihr habt auch so eine tolle Leistung vollbracht und ihr dürft mit vielen anderen, etwa 100 oder noch mehr sind es, dürft ihr nach Deutschland gehen, und zwar in Europa-Park in Rust. Der ist in den der Nähe von Freiburg in Preisgau. Ist das nicht der Applausch? Ja, das ist ganz toll, Neid. Ich möchte am liebsten dann gleich mitkommen. Ja, ja. Wir gratulieren ganz herzlich. Und alle anderen Gewinner, die werden also persönlich benachrichtigt. Am besten lest ihr in der neuen Coop-Zeitung die Weihnachtsausgabe also nach. Anlesen. Jetzt sind nämlich die 100 Gewinner sind drin angegeben. Ja, jetzt kommen wir Ihnen nur noch eine rechte schönes Je nachs West wünschen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 270 Gramm Zweifelpumpchips Natur für 3,10 €, 2 Gläser Midi Gurke für 2,40 €, Rahm Glacet-Torte Goldstar Schwarzwälder für 5,20 € und Nougat für 5,90 €, 2 Packungen Traubensaft rote oder weisse für 3,30 €, 200 Gramm Caprice de Dieu für 3,10 €, 200 Gramm Suprême de Duc für 3,10 €, 2 Flaschen Geschirrspülmittel Fox mit Thermafin für 2,40 €. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt 4 Rollen Küchentücher in Disseuqualität für nur 63 €. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.